Herzlich Willkommen im Bryce Canyon. Einfach nur toll. Ihr könnt hier stundenlang sitzen und einfach nur hier diese Schlucht runter gucken. Ich weiß gar nicht, ob man das auf dem Video auch so wahrnimmt, aber einfach nur toll. Ich glaube Leute, ich komme gar nicht mehr nach Hause. Ich bleibe gleich hier wohnen. Gleich hier mitten im Canyon. Das ist toll.